Am Bremstallerhof wurde gerade in Anwesenheit renommierter Weinkenner eine 50 Jahre alte Flasche Wein geöffnet. Der Sankt Magdalena zählt immerhin schon vor 100 Jahren zu den beliebtesten Weinen im Alpenraum. An den Hügeln oberhalb von Bozen angebaut, gilt er als frischer, unkomplizierter und kurzlebiger Wein. Doch diese landläufige Meinung wird immer öfter widerlegt. Die Verkostung des alten Rebensaftes offenbarte einige Neuheiten. Wenn Gertrud Vogel durch die archaische Reblandschaft wandelt, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Unter den Berglins sind Gras und Kräuter dem Wildwuchs überlassen. Behutsam berührt die Schweizerin die Vernatschtraum. Der Bremstallerhof ist seit zig Jahren im Besitz ihres Mannes. Als Autodidaktin bewirtschaftet Gertrud Vogel das Weingut nach biodynamischen Kriterien und ist dabei ihrem Herzen gefolgt. Was die Umstellung betrifft hier im Südtirol, was Weinqualität anbetrifft, das ist sicher ein Vorteil. Weil ich völlig unvoreingenommen keine Herbizide, keine Fungizide, keine Pestizide, Mengen reduzieren. Keine synthetischen Düngemittel mehr. Also nicht mehr auf Menge, sondern absolut auf natürlichen Qualität. Und da habe ich total auf den Boden, auf das Erdreich gebaut und vertraut. Die Weinberge des Bremstallerhofs befinden sich in den besten Lagen von Sankt Magdalena. Gertrud Vogel legt Schafwolle aus. Diese schützt den Boden vor Trockenheit, hält Rehe fern und bringt noch viele andere Vorteile. Im Weiteren zersetzt sich die Wolle und gibt einen Humus. Und außerdem unter der Wolle und auf der Wolle, da leben meine Nützlinge und meine Vielfalt von Bodenlebewesen. Also schon im Frühling kann man beobachten, im März, April kommen schon die ersten Graunzen, die Smaragdeidechsen. Und die liegen da oben mit ihren Pfötchen und Sonnen und wärmen sich auf der Wolle. Die natürliche und traditionelle Machart des Magdalenas vom Bremstallerhof wird seit über einem halben Jahrhundert von der Familie Rottensteiner in Bozen gepflegt. Hannes Rottensteiner hat Respekt vor seinen Vorfahren, die trotz rudimentärer Kellertechnik sehr ansprechende Weine gekeltert haben. Man kann fast reden von Wiener Naturale, alles mit indigenen Hefestämmen, mit Säureerbau nicht kontrolliert. Nebenbei ist alles im Holz gearbeitet worden, das heißt die Temperaturkontrolle war praktisch überhaupt nicht gegeben. Noch drei Flaschen Bremstallerhof Jahrgang 1964 konnten im Archiv gefunden werden. Wie sich ein Magdalena nach so langer Zeit entwickelt, wollte Hannes Rottensteiner von einem Profi erfahren. Thomas Vaterlaus ist Chefredakteur des renommierten Weinmagazins Wienum und ist eigens aus Zürich angereist, um dem spannenden Augenblick beizuwohnen. Im Gaumen überrascht er eigentlich mit einer Fülle, die man eben auch von seinem Typ von Wein nicht erwarten würde. Also der Wein hat vielleicht heute oder erscheint sogar fülliger als er damals war. Also er hat durch das Alter so wirklich eine Alterssüsse entwickelt, die sehr präsent ist. Das Experiment ist gelungen. Die Magdalener Weinbauern können stolz auf ihren edlen Tropfen sein, der vor gar nicht allzu langer Zeit beinahe totgesagt war. Das war Südtirol heute am Mittwoch. Morgen haben wir wieder ein spannendes Sommergespräch für Sie mit dem Hubschrauberpilot Gabriel Kostner. Er spricht mit Manuela Fontafon über seine Erfahrungen bei der Flugrettung in den Bergen. Davor hat Isabella Krasnitzer jetzt noch den Wetterbericht. Angenehmen Abend noch. Machen Sie es gut.